So, da sind wir wieder bei Super Mario Galaxy 2. Und war an der Stelle, wo wir letztens aufgehört haben... Oh, da oben ist eine gelbe Brucht. Und sehr viele Sternteile haben wir hier auch noch. So, weiter geht's. Kannst du denn hier nicht... Ja, doch, da vorne. Gut. Ich wollte schon eben sagen, kannst du denn hier nicht langsam mal einen Checkpoint geben? Aber den sollten wir natürlich auch erreichen, bevor wir hier... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah, haha. Ja, hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren. So, und... Nein! Yoshi, das machst du nicht. Bitte. Und Yoshi, bitte sammle die nächste Frucht. Jawohl. Bitte, komm, hier drauf. Ja, sehr schön. In der Mitte ist ein Sternenring erschienen. Hoffen wir auf einen weiteren Checkpoint. Was ist denn das? Ein riesiger Kuchen. Der soeben verschwunden ist. Warum? Achso. Ja, gut. Das sollte jetzt nicht allzu schwierig... Ja! Was mach ich denn? Was mach ich denn? Nur weil ich Angst vor diesen Typen hatte, bringen die lieber selbst um. Ja, das darf doch nicht wahr sein. So, nochmal. Das ist ja nun wirklich nicht schwer hier. Ha. Und nochmal. Angst und Respekt vor Gegnern. Das hat hier in diesem Spiel nichts verloren. So, wir haben den Stern. Geht doch, Yoshi. Geht doch. Kruzifix. 56 der Stern, 25 der Kometenmünze und eine Menge Sternteile. So lautet die Bilanz. Und wir können... Wow. Super. Wir können zu der Galaxie fliegen, die wir eh schon hatten. Super. Super. Okay. Das gucken wir uns jetzt mal an. Li... Ja. Ich meine, es waren lila Münzen. Lila Münzen in Clip Club Stadt. Genau. Der Liederschmuck von Frau Schlummerli. Fräulein Schlummerli. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Ach du Scheiße. Ja, genau. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Und... Ich weiß aber nicht, wie es geht. Ich habe es nur schon mal gesehen. Also... Auch nicht komplett. Ich habe es mir nicht komplett angeschaut. Ich weiß nur, dass es so etwas hier gibt. Und... Das macht mir Angst. Weil ich momentan noch keine Ahnung habe, wie... ...mich das hier anstellen soll. Das erste Gebiet wäre gesäubert, sozusagen. Wenn man es so nennen kann. Ah, shit. Haben wir wohl zu lange gezögert jetzt? Scheiße. Okay. Ich glaube, das können wir... ...direkt abbrechen. Wie komme ich denn an dieses Ding hier ran? Ah, okay. Gut. Dann hätte ich einfach mal... ...mich doch trauen sollen zu wirbeln. Dann hätte es geklappt. Jetzt wird es natürlich sehr eng. Hier braucht man wohl auch sicherlich eine gute Taktik, mit welchen man anfängt. Hallo, springst du wohl gegen die Wand? Arschloch. Toll. Gut. Ah, shit. Okay. Mann, da habe ich jetzt... Da habe ich jetzt echt... Da habe ich jetzt echt Mist gebaut. Scheiße. Okay, weiter geht's. Nicht nervös werden. Und hier rein. Okay. 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 Ich glaube... ...sollten wir das tatsächlich schaffen... ...käme das schon einem Wunder gleich. Das ist eigentlich jetzt schon... ...nicht mehr zu schaffen. Jetzt sowieso nicht mehr. Ah! Ja, jetzt sowieso. Okay. Nee, wir müssen in der Zeit noch so viele Münzen sammeln. Das schaffen wir leider nicht mehr. Aber es war zumindest ein Versuch wert. Wie sind denn überhaupt die restlichen? Ach, daneben sind noch einige. Uah! Okay, alles klar. Das wird schwer werden. Das wird schwer werden. Und da werde ich dann an dieser Stelle auch... ...mit Katz arbeiten. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Und ich muss euch etwas gestehen. Jawohl. Ich schaffe diese Mission nicht. Ich habe es jetzt... ...ungefähr 17, 18 Mal oder so probiert. Ähm. Ich bekomme es nicht so wirklich auf die Reihe. Äh. Ja. Wahrscheinlich werde ich das mal mit einem zweiten Spieler oder so machen müssen. Weil... Es gibt einfach lila Münzen, an die es ist so schwer ranzukommen. Keine Chance. Also das musste ich erstmal zurückstellen. Ich habe jetzt die Wii neu gestartet. Bin jetzt wieder mit neuem Leben dabei. Äh. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir probieren jetzt einfach mal die Kettenhundfabrik... ...und schauen, was uns dort für einen Stern erwartet. Eine Kometenmünze. In der Hoffnung, dass es dort ein bisschen besser für uns läuft. Weil ich... Wie gesagt, das mit Klappstadt bekomme ich momentan nicht hin. Schatten Marios in der Goldhundschmiede. Oh mein Gott. Ich ahne Schlimmes. Nein. Das ist doch genauso krank wie Klappstadt. Das ist ja noch schlimmer als Klappstadt. Das ist Klappstadt Extreme. Oh mein... Nein, bitte nicht. Nein. Nein, bitte nicht. Das darf... Das darf jetzt... Bitte nicht. Ich bin noch so aufgewühlt jetzt hier von... 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 von dieser scheiß Klappstadt-Mission. Oh Mann. Oh, das ärgert mich jetzt aber richtig. Was ist das für eine K... Nein. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, Rehawk. Du kannst nicht jetzt schon versagen. Ganz ruhig bleiben. Ja, verdammt. Gut. Ganz ruhig bleiben. Und auf den Schalter. Auf den Schalter, wenn es notwendig ist. Dieser verdammte Kettenhund braucht einfach viel zu lang. Okay. Das muss ich anders angehen. Das muss ich deutlich anders angehen. Okay. Okay. Lasst mich in Ruhe. Okay. Das war jetzt schon mal gar nichts. Ich hatte gehofft, wir würden in diesem Part noch einen Stern sammeln. Aber... Das wird wohl eher nichts mehr. Diese beiden Kometen, die wir jetzt gemacht haben, die sind richtig hart. Also... Alter Schwede. Dieses Spiel setzt im ersten Teil tatsächlich noch locker einen obendrauf. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ich hätte es nicht gedacht, weil überall stand, ja, relativ ausgewogener Schwierigkeitsgrad. Im Grunde ist es das auch, aber eben doch trotzdem schwieriger als Mario Galaxy. Oh Gott. Nein, ich bin zu langsam. Ich bin zu... Ah! Okay. Ich würde vorschlagen, wir beenden einen Part voller Fails und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann... Ja, hoffentlich gelingt uns dann irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.